Sie war die Königin Ägyptens. Schlag den Feind in die Flucht! Sie will die ganze Welt. Cleopatra, morgen und Freitag, 20.15 Uhr. Wachs. Ohne Schlips, ohne Kragen, ohne Schokolade. Raffaello. Raffaello. Ohne Schokolade. Das pure Vergnügen. Geroldsteiner ohne Kohlensäure. Natürlich und sanft. Geroldsteiner Mineralwasser ohne Kohlensäure. Aus der Ex-Helsis-Quelle. Geroldsteiner. Dein Durst kann was erleben. So, und jetzt noch eine feine Soße. Davon kriegen ja meine Männer nie genug. Aber, gieße ich den Bratensatz mit ausreichend Wasser auf, geht der Bratengeschmack verloren. Zum Glück gibt es den Bratenfond von Mondamin. Das ist Bratengeschmack pur, wie er beim Anbraten von viel Fleisch und Gemüse entsteht. Damit gebe ich meiner Soße wieder ihren vollen Bratengeschmack. Und ich kann abschmecken und verfeinern, wie ich's mag. Der Bratenfond von Mondamin. Ich bin zu dir. Lieber zu dir. Nein, zu dir ist besser. Nein, zu dir. Viele neue Dekorationsideen. Jetzt bei Ikea. Wenn wir auf Mallorca sind, möchten wir am liebsten die ganze Insel mitnehmen. Aber die schönste Erinnerung haben wir schon zu Hause. Tomatencremesuppe Mallorca von Knorr Feinschmecker. Ganz neu. Mit fruchtigen Tomaten, aromatischem Olivenöl und Mittelmeerkräutern. Neu. Tomatencremesuppe Mallorca von Knorr Feinschmecker. Das schmeckt nach Urlaub. Knorr. Essen gut. Alles gut. Hier hoch. So, Herrschaften. Gleich gibt's ne Aussicht. So was habt ihr noch nie gesehen. Aussicht? Welche Aussicht? Da um. Da müssen wir rauf. Ähm, hör mal, Meister. Gibt's Ihnen kein Lift? Genau. Lift Apfelsaftschorle. Aus knackigen Äpfeln und reinem Wasser. Oh, super Aussicht. Lift Apfelsaftschorle. Immer schön Lift bleiben. Wie Vitrine akut hat Selastin Nasenspray gegen Heuschnupfen. Hattest du nicht gesagt, ein Hund bringt Harmonie ins Haus? Tut er doch. Melitta Harmonie. Zeit zum Genießen. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Baldri Paran stark für die Nacht. Natürlich ohne Nebenwirkungen. Auweia. Dafür brauche ich jetzt viel Kraft. 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 Tiefenkraft. Tiefenkraft. Der Generalbergfrühling mit Tiefenkraft. Mit einem Wisch wird's überall tiefen sauber. Wie der Wattepest beweist. Und dann der Duft des Bergfrühlings. Der Generalbergfrühling mit Tiefenkraft. Der Schmutz geht, der Duft bleibt. Hosenwoche bei C&A. Kinderhosen 29,90 Mark. Karo Hose 39,90 Mark. Capri Jeans 49,90 Mark. Herrenjeans 49,90 Mark. Hosenwoche jetzt bei C&A. Und der General hat jetzt drei neue Düfte. Frische Minze, Orange und Limone. Mit niemandem würdest du deine Zeit lieber verbringen. Denn ihr seid Freunde, ein Leben lang. Und wenn ihr einmal im Jahr zusammen loszieht, was könnte es da Besseres geben, als richtig Spaß zu haben? Auf freier Wildbahn. Jim Beam. Real Friends, Real Bourbon. Sind 7095. Erleben Sie den Glanz, der aus der Zukunft kommt. Das neue Somat 3 in 1. Jetzt gibt es Reiniger, Klarspüler und Salzfunktion in einem. Im neuen Somat 3 in 1. Denn jetzt kommen Klarspüler und Salzfunktion im Somat-Reiniger-Tab zusammen. Für strahlenden Glanz. So einfach wie nie. Das neue Somat 3 in 1. So muss es glänzen. Frutamore. So lecker von Exquisa. Frutamore. Frutamore. So leicht kann man sich verlieben. Ich bin der Gilb. Ich mache weiße Gardinen, schmutzig und grau. Auch Ihre. Stopp. Dato vertreibt den Gilb. Denn nur Dato hat die Weißbleiche und den Gilbblocker. Und jetzt neu für jede Gardinenwäsche der Dato-Weißspüler mit Weißverstärker. Dato bringt den Gardinenfrühling. Ich würde schon gerne etwas anlegen an der Börse. Aber ist das zur Zeit nicht etwas unsicher? Ich will möglichst wenig Risiko eingehen. Wie wäre es mit gar keinem? Und das bei 6%. Für eine Festzinsanlage kombiniert mit einem Garantiefonds. Nennt sich Festzins Plus. Und da habe ich kein Risiko. Kein Risiko. Festzins Plus der Deutschen Bank 24. Jetzt Börsenchancen nutzen ohne Risiko. Neu. Eierlikör-Trüffel von Rittersport. Preil gefüllter Schokoladegenuss mit Eierlikör. Rittersport. Quadratisch praktisch gut. Das große TV-Event im Stalkino. Hinter ihrer göttlichen Schönheit. Väter töten Töchter, Schwestern töten Schwestern. Verbarg sie die Grausamkeit einer gnadenlosen Herrscherin. Kampf für eure Königin! Der unsterbliche Mythos. Cleopatra. Morgen und Freitag um 20.15 Uhr. Wunsch macht an. Der Hitchcock-Klassiker. Eine Frau mit geheimnisvoller Vergangenheit. Wann sind Sie geboren? Vor langer Zeit. Eine Frau in tödlicher Gefahr. Madeline, sagen Sie mir, was los ist, was passiert. Ein teuflisches Mordkomplott. James Stewart. Kim Nowak. Vertigo. Aus dem Reich der Toten. Nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr. Bei Vox.